Kapitel 8 The Truth Sie hatte die Lähmung gelöst, aber der Klammerfluch erlaubte ihm dennoch nicht, sich großartig zu bewegen. Ab und an warf er sich gegen den Zauber, absolut unwillig, mit ihr jemals wieder zu reden. Und er hatte eine eigenartige Unterstützung an seiner Seite. Der Hund saß neben ihm, fixierte Granger krimmig und knurrte ab und an. Es tut mir leid, okay, entschuldigte sie sich wieder. Ob nur bei ihm oder auch bei Potter, wusste er nicht mit Sicherheit zu sagen. Es war der einzige Weg, wieder knurrte der Hund. Malfoy, sagte sie seufzend, aber er blickte an ihr vorbei, hoffte fast, dass der verdammte Zauber an Wirkung verlor, sie einfach ins Wasser stürzten und ertranken. Dann müsste er nicht die Nähe zu dieser Verräterin ertragen. Rede mit mir, bat sie ihn jetzt und ihre Dreistigkeit ließ ihn vergessen, dass er sie ignorieren wollte. Worüber, Granger? Dass du ein scheiß Miststück bist? Du hast mich verflucht? Machte er seinem Ärger Luft, warf sich erneut gegen den Zauber, sagte aber nur erfolglos zurück gegen die mutrige Wand hinter sich. Was bist du wert ohne Zauberstab? fuhr er sie an. Du bist absolut. Ich weiß, räumte sie lediglich ein. Du musst mir das vergeben, okay? Sie wirkte gestresst, aber sie hatte verdammt nochmal kein Recht dazu. Keins. Dir vergeben? Nein, das werde ich nicht, entfuhr es ihm fassungslos. Es bedeutet deinen sicheren Tod und meinen höchstwahrscheinlich mit. Wie soll ich dich beschützen, wenn du keinen Zauberstab hast? Wenn du mich verdammt nochmal verfluchst? Gott, knurrte er zornig und wieder flackerten Schuldgefühle in ihrem Blick. Aber es war nicht gut genug. Malfoy? Nein, fick dich einfach. Unterbrach er sie gereizt. Lass mich in Ruhe. Nerv deine verdammten Piraten. Ich brauche dich, sagte sie schlicht und sie kotzte ihn an. Wieso? Verringerst du unsere Überlebenschancen dann um die Hälfte? Erwiderte er tonlos, schüttelte nur den Kopf über sie und er würde ihr niemals vergeben hierfür. Sie konnte zusehen, wie sie zurechtkäme. Sobald das Schiff anlegte, wäre er weg. Das tue ich nicht. Versprich mir, dass du mich und Harry zum Druiden begleitest, bat sie und er verzog den Mund. Nicht für alles Gold in der Welt, spuckte er ihr kalt entgegen. Du hast deine Chance verspielt. Sowas von haushoch. Du kannst zusehen, wie du von hier an zurechtkommst, Granger. Bitte, sagte sie wieder und er schüttelte den Kopf. Sie zog den Zauberstab und er verzog den Mund. Was jetzt? Benutzst du den Imperio, wenn ich mich weigere? Tu dir kein Zwang an Scheiß-Miststück. Aber sie löste den Fluch und seine angespannten Arme fielen kraftlos an seine Seite, zitterten noch immer. So sehr hatte er versucht, die Kraft des Zaubers zu brechen, mit schierer Geisteskraft. Nach wenigen Sekunden hatte er sich aufgerappelt, stand ihr wütend gegenüber und hasste sie einfach. Offen und ehrlich. Ihr dämliches Scheißgesicht. Mit einem kalten Blick ließ er sie stehen, aber sie folgte ihm. Doch dieses Mal war er schneller. Verdammt nochmal schneller als sie. Er hatte den Zauberstab mit immenser Geschwindigkeit gezogen, wandte sich um und sie rannte direkt in die Spitze, die sich in ihre Uniform bohrte. Hastig verharrte sie, sah hoch in sein Gesicht und seine Mundwinkel sanken. Zwei können dieses verdammte Spiel spielen, hast du das verstanden? Glaub ja nicht, dass ich zögern würde, dich zu lähmen, um dich in den verdammten zwei Grad kalten Ozean zu werfen. Warum? drohte er ihr direkt und unglücklich sah sie zu ihm auf. Du hättest niemals eingewilligt, begann sie verzweifelt und seine Augen weiteten sich. Einge- nein, natürlich nicht, schrie er jetzt. Wie kannst du auch nur annehmen, dass ich jemals in diesem Leben einem solchen Plan zugestimmt hätte? Hermione, du hast unser Leben verwirkt. Gut, entkam es ihm, so tief verletzt, dass er es nicht mal merkte. Es nicht einmal im Ansatz hörte, aber sie hatte es gehört. Ihren Namen. Und jetzt weinte sie. Kurz sanken seine Schultern, aber ihre Tränen würden ihn nicht erweichen. Es... Es hätte keinen anderen Weg gegeben. Ich... Ich musste das tun. Versicherte sie ihm blind, schluchzte fast und sein Mund öffnete sich. Du hättest nicht gehen dürfen. Und du darfst nicht gehen, Draco. Du darfst nicht, flehte sie jetzt. Immer mehr Tränen fielen auf ihre Wangen. Es brachte ihn fast um. Und... Und wenn ich es nicht getan hätte, dann... Dann... Sie wischte sich über die Augen. Dann hätte ich es später nicht tun können. Aber es gibt keinen Weg zurück. Für mich. Ich... Konnte nicht. Granger, unterbrach er sie, überraschend sanft. Konnte ihren Vornamen nicht mehr sagen. Konnte aber nicht mit ansehen, wie sie sich quälte. Mit was auch immer. Er verstand sie nicht. Es musste sein, sagte sie fester, sah sie an. Bitte. Ich brauche dich. Ihr Blick war so weit, so offen, so... unglücklich und schmerzvoll. Verzeih mir, flüsterte sie fast. Aber er hörte sie, denn plötzlich war sie so nah. Sie drängte sich gegen ihn, ging auf die Zehenspitzen und ihr Kuss verbrannte ihn gänzlich. Er wich überrascht zurück, hatte damit jetzt nicht gerechnet und vor einer Minute hätte er nicht geglaubt, dass er es jemals wieder zulassen würde, dass sie ihn küsste. Aber sein Atem ging bereits schneller. Er verstand sie nicht, begriff ihre Beweggründe nicht, hasste, dass sie alles für sich behielt, ihn nicht einweihte, ihn lediglich benutzte und trotzdem... Trotzdem schluckte er schwer, als sich ihre Wangen röteten, sie ihn beschämt unter langen Wimpern ansah. Ich... Ich erkläre es dir später. Ich verspreche es dir, sagte sie heiser und er ruckte mit dem Kopf, konnte nicht wirklich reden, wollte es auch nicht. Will ich das wirklich hören? Entkam es ihm rau und wieder rollte eine Träne über ihr hübsches Gesicht, das er mittlerweile in- und auswendig kannte. Draco begann sie wieder unglücklich, aber er schloss den Abstand, zog sie an sich, ignorierte den pochenden Schmerz in seiner Schulter, der durch den verdammten Klammerfluch nicht gerade besser geworden war, aber es war egal. Und er saß ordentlich, in der Scheiße fiel ihm auf. Er hatte wirklich gehen wollen, hatte seine Worte wirklich ernst meinen wollen, aber jetzt konnte er nicht mehr. Er wollte sie. Egal, was sie tat, egal, ob sie sie beide verdammte. Er küsste ihre Lippen, verlangend und ohne Unterlass. Sie griff in seine Haare, zog seinen Kopf tiefer und er öffnete ihre Lippen mit seinen eigenen, schlang die Arme um sie und es verging eine stille Ewigkeit, in der er einfach ihre Nähe spürte, ihren heißen Atem, das sanfte Stöhnen, und als er ernsthaft abwog, sie aus der Uniform zu schälen, spürte er, wie das Schiff bremste, wie es langsamer wurde, denn kurz strauchelten sie beide. Sie unterbrachen den Kuss und der Hund stand neben ihnen, das angewiderte Knurren in der Kehle, aber Draco störte es nicht. Ich glaube, wir sind gleich da, entfuhr es Granger, tatsächlich peinlich berührt. Sie richtete ihre Haare, ihre Uniform und mied seinen Blick entschieden, aber er nahm auch nicht an, dass er sie gerade mit keuschen Augen betrachtete. Nein, wohl eher nicht. Du... Du bleibst, oder? Zackhaft hoben sich schließlich ihre Augen zu seinem Gesicht. Ich bleibe, bestätigte er ruhig. Ihre Mundwinkel hoben sich erleichtert. Der Hund bellte einmal und er klang nicht sonderlich fröhlich. Es war ein immenser Druck. Er trug die Verantwortung, die gesamte Verantwortung. Die Piraten hatten sie tatsächlich zu einer schmalen Bucht gebracht, sie abgesetzt, hatten Grangers Zauberstab behalten, hatten sich von ihr instruieren lassen, wie der Zauber aufrechtzuerhalten war, und jetzt sahen sie dem Schiff hinterher, ohne die Chance, ihren Zauberstab je wieder zu erlangen. Granger hatte kein Recht auf einen anderen. Sie war nicht besiegt worden, hatte ihn nicht im Kampf verloren oder geopfert. Sie hatte ihn willentlich gegeben und nach Merlins magischem Bündnis verdiente niemand einen neuen Zauberstab, der seinen eigenen fortgab. Und schlimmer war, sie würde nicht mehr zaubern können, erst wenn ihr Zauberstab zerbrechen würde, zerstört wäre. Erst dann. Aber er nahm an, die verdammten Geister würden aufpassen, ganz abgesehen davon, dass es verboten war, Geistern Zauberstäbe zu schenken. Aus den offensichtlichen Gründen. Aber zur Zeit würde sie sich keine Sorgen machen müssen, nach Asgerman zu kommen. Granger war nun nutzlos. Eine Hexe ohne Zauberstab. Er konnte es nicht fassen. Und jetzt kam noch wesentlich erschwerend eine absolut nervtötende Tatsache hinzu. Der Hund weigerte sich. Er bellte, seitdem sie ihren Zauberstab fortgegeben hatte, rührte sich nicht von der Stelle, knurrte und fletschte seine Zähne und Draco konnte nur verständnislos zusehen. Harry, bitte, rief Granger gepresst, mühte sich ab mit leeren Worten, sinnlosen Versprechungen, aber der Hund blieb, wo er war, ließ sie nicht näher kommen und Draco wurde es langsam zu bunt. Was bei Salazar hat das verdammte Vieh? Wollte er zornig wissen. Aber jetzt bellte der Hund laut in seine Richtung, sprach praktisch mit ihm in einer aufgebrachten Sprache, die Draco nicht verstand. Wir müssen hier weg, Harry. Ich verspreche dir. Der Hund sprang auf sie zu, bellte lauter, schien sie beißen zu wollen und Granger wich zurück. Harry, rief sie wieder. Sicher, dass ich ihn nicht betäuben soll? schlug Draco kalt vor und der Hund knurrte laut, bellte wieder und sie würden nicht weiterkommen. Sie würden gefunden werden. Er bellte, solange bis er heiser wurde, stellte Draco fest. Nein, sagte Granger schwach. Tu das nicht. Sie seufzte schwer. Harry, es tut mir leid, sagte sie dann. Es war der einzige Weg, deine Sicherheit zu garantieren und ich habe es gerne getan, fuhr sie fort und Draco runzelte die Stirn. Alle Macht Harry Potter, schloss sie still und der Hund hechelte erschöpft. Er jaulte und winselte, als hätte er Schmerzen. Verzeih mir, bat sie jetzt den Hund vollkommen aufrichtig. Du bist das Wichtigste, verstehst du das? Und ich werde weitermachen, ob mit oder ohne deiner Unterstützung. Draco verstand nicht, was vor sich ging. Dann wiederum musste er die Beziehung zwischen Granger und dem Hund nicht nachvollziehen können. Komm mit oder bleib hier, sagte sie schließlich und Draco hob den Kopf. Er hatte diesen dämlichen Hund mit seinem Leben beschützen müssen und jetzt ließ Granger dem verdammten Vieh die Wahl. Und tatsächlich geschah etwas, womit er nicht gerechnet hatte, niemals rechnen würde. Der Hund schnaubte ein letztes Mal wütend, schenkte ihm einen tödlichen Blick aus den dunklen Augen und rannte los. Draco wartete auf ihre Absolution, auf ihr Kommando, auf irgendetwas. Soll ich ihn zurückholen? fragte er, fast ungeduldig. Lass ihn, entfuhr es ihr. Er wird folgen. Er braucht nur Zeit, schloss sie und das ungute Gefühl in seinem Inneren verdichtete sich, betäubte alles andere. Alle Schmerzen, jedes andere Gefühl. Es betäubte sogar seine Wut und mit einem Mal verstand er. Lass uns wo unterkommen, sagte sie dann. Es ist spät. Ich dachte, es wäre nicht weit, erkundigte er sich schließlich, die Stimme ruhig, ruhiger als er angenommen hätte und sie ruckte mit dem Kopf. Nein, ist es nicht, aber... Aber du möchtest dich noch von mir verabschieden? vermutete er dann und die Farbe wich aus ihrem angespannten Gesicht. Bevor du dich selbstlos für den Helden opfern gehst, fuhr er fort und sein Herz schlug schwer. Es war ihm klar geworden. Er hatte es schon viel länger geahnt, hatte es verdrängt, es ignoriert. Aber jetzt, jetzt, wo sie am Ende waren, am Ziel, da begriff er, was er seit Wochen wusste. Granger plante keine Rückkehr. Alles, was sie tat, richtete sich nur auf dieses eine Ziel. Nichts anderes hatte sie je getan. Und es tat weh. Zu wissen, dass sie seit Monaten nur geplant hatte, sich zu opfern und ihn benutzt hatte, tat plötzlich weh. Er war egoistisch geworden, wurde ihm klar, denn er litt um seiner selbst willen, nicht aus anderen Gründen. Draco, begann sie mit schwerer Stimme, maßlose Trauer in diesem Einwort, in seinem Namen. Sie war der einzige Mensch, der seinen Namen noch benutzte, ihn wahrscheinlich überhaupt noch kannte. S. Hör auf, unterbrach er sie dann Barsch, schüttelte taub den Kopf und sie schwieg. Entschuldige dich ja nicht bei mir, warnte er sie tonlos. Hätte ich es dir gesagt, das hättest du, du hättest es tun müssen, beharrte er bitter. Dann wärst du niemals mit mir gekommen, du hättest mir niemals geholfen, beteuerte sie müde und er schnaubte auf. Ich hätte dir wesentlich eher geholfen, wenn du mir die Wahrheit gesagt hättest, mich informiert hättest, was es für ein Hund war, den du überall hin mitgenommen hast. Es wäre für dich wesentlich einfacher gewesen, mich zu überzeugen, als ich noch nicht in dich verliebt war. Schloss er aufgebracht und ihre Augen weiteten sich beinahe erschrocken, aber er verzog den Mund. Tu nicht so. Tu nicht so verdammt überrascht, so absolut naiv. Das bist du nicht. Ganz und gar nicht. Und wenn sogar ich es weiß, dann wirst du es längst geahnt haben. Du hast mich manipuliert, weil du wusstest, dass ich Gefühle für dich. Ich habe auch Gefühle für dich, unterbrach sie ihn wütend. Und es wäre nicht einfach gewesen, brachte sie zitternd hervor. Die ganze Zeit habe ich nach anderen Auswegen gesucht, aber es gibt keinen Ausweg, keine andere Lösung. Denkst du, ich schlafe mit dir, wenn ich nichts für dich empfinde? Dass ich deine Nähe immer wieder suche, wenn, wenn... Er sah ihre Tränen und es machte ihn fertig. All das hier. Dann tu es nicht. Wir finden einen anderen Weg, wir. Draco, sagte sie wieder und sie lächelte traurig. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige Weg. Harry muss wiederkommen. Er ist der Hoffnungsträger. Wie soll Potter einen Krieg beenden, wollte er halbherzig von ihr wissen. Es interessierte ihn nicht mal. Er ist Harry Potter. Er wird allen Allianzen, allen Kämpfern da draußen Hoffnung geben. Die Hoffnung, den Anstoß, den alle brauchen. Mein Leben ist an seins gebunden und jetzt stehen die Chancen hoch, dass ich einfach sterben werde, weil ich mich nicht mehr verteidigen kann, fasste sie ihr Leid zusammen. Und wenn es nicht klappt, wenn du dich irrst, wenn... Ich irre mich nicht. Als wäre es eine Sünde, dass er ihre Worte anzweifeln konnte. Wie soll ich ohne dich weitermachen? Er sah sie direkt an, wie sie ihn ansah. So schmal, so zierlich, so zerbrechlich, obwohl sie überhaupt nicht zerbrechlich war. Du wirst es können, weil du es musst. Ganz einfach, Draco Malfoy. Es ist ganz einfach, sagte sie fast sanft, Tränen stachen in seinen Augen. Ich kann das nicht. Du kannst alles. Wieso willst du unbedingt gehen? Wieso willst du so dringend sterben? Dann fuhr er sie an und jetzt sah er sie nur noch verschwommen. Jetzt weinte er. Weil ich es muss. Und er spürte ihren Körper, als sie ihn in eine feste Umarmung zog. Und er spürte, sie ließ sich nicht abbringen. Sie ließ sich nicht überzeugen, einfach weil er es wollte. Er spürte, dass sie es ernst meinte. Und er weinte, hielt sie fest, wollte sie nie wieder loslassen. Und er hasste, wie schwach er war, dass er Gefühle für jemanden hatte, der so dringend weg wollte. Weg von dieser Welt, der ihn hier zurücklassen würde. Alleine im Krieg. Er wollte es ihr abnehmen. Er wollte derjenige sein. Sollte sie ihn bloß nicht alleine lassen. Aber das konnte er nicht. Er konnte gar nichts tun. Sollte sie ihn bloß nicht alleine lassen.